Eine Zugabe noch? Eine, ja? Aber nur mit ihm zusammen. Los, wir machen noch was Schönes zusammen. Ein A, ein A. Es klingt so ein göttliches A in der Venusstimmung. Ah, die kennen wir doch. Ihr seid auf, jeder kennt den. Aber haben wir mitgesangt? Mitgesangt, okay. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Das ist doch mal zu. Hat deine Frau ein breites Maul und eine schiefe Seele? Hat deine Frau ein breites Maul und eine schiefe Seele? Rück dir die Kurgel, du, ja? Rück dir die Kurgel, du. Rück dir die Kurgel, du, damit es nicht entfällt. Hat dein Mann kein Zahn im Maul und läuft auf krummen Beine. Hat dein Mann kein Zahn im Maul und läuft auf krummen Beine. Schlage mit dem Nudelholz, ja? Schlage mit dem Nudelholz. Schlage mit dem Nudelholz, dass ich die Stern erscheine. Und die Wiesgerüchte rufen, die kommen in den Hohen dann. Schlussagorat sozusagen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, wir gehen mal ein bisschen weiter. Jubel. Jonas, ja, wie war das? Triokum Matente? Triokum Matente, genau.